Hallo und herzlich willkommen zu KOTZLESS TV Folge 5. Wir haben heute vier Beiträge in der Sendung und wir fangen gleich an mit einer neuen Rubrik. Das ist KOTZLESS TV weltweit und wie es nicht anders sein soll, haben wir eben für die neue Rubrik eben auch einen neuen Mitarbeiter gewinnen können. Und das ist der Matthias Jimmy Kaufmann und der interviewt die Emily und den André Försch, die quasi von Down Under darauf sind und quasi ein wenig was aus dem Nähkästen erzählen. Und deswegen, Jimmy, dein Auftritt. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von KOTZLESS TV und begrüße heute André Försch und seine Frau Emily Försch. Beide auf einem Kurzurlaub hier in Gössenheim. Erzählt mal, wo kommt ihr her, wo wohnt ihr, André? Ich komme aus Gössen. Aber gut, wir wohnen jetzt an der Sunshine Coast. Das ist quasi Queensland, Ostküste. So eine Stunde überhalb von Brisbane auf der Karte. Und wenn ich dich fragen darf, wie bist du eigentlich nach Australien gekommen? Klar mit dem Flugzeug, aber was hat dich nach Australien getrieben? Die Emily. Ja gut, wir haben uns in der Bar in Berlin getroffen, weißt du was ist, beim Bund politische Bildung. Und ja, wir sind in Kontakt geblieben. Bin ich mal rüber geflogen im April. Und dann immer wieder, immer wieder, dann sind wir halt dran hängen geblieben. Also, die Liebe hat ich nach Australien gebracht. Die Liebe. Das ist ja schön. Und jetzt frage ich mal Emily, wie sie überhaupt nach Deutschland gekommen ist. Emily, wie kamst du in Deutschland und was der Grund für das war? Der Grund für den Grund? Ja. Ja. Ich kam mit einer Freundin mit einem Freund in Europa für einen Monat. Ich war in England für fünf Monate vor. Und ich war auf meiner einzige Nacht in Berlin, als ich André mitgebracht habe. Und dann habe ich mich in Amsterdam, London und dann zurück in Australien. Also, es war für eine Freude. Also, Emily war eigentlich nur auf Europa-Reise und auch nur eine Nacht in Berlin. Und da hat sie zufällig André getroffen. Und jetzt möchte ich sie fragen, wie sie dann mit André in Kontakt geblieben ist. Also, das war Liebe auf den ersten Blick und sie sind dann über Skype in Kontakt geblieben. Was dann zur Hochzeit führte. Genau. Und wie können wir uns eine australische Hochzeit vorstellen? Okay. Ist auch unterschiedlich. Also, es gibt auch Sitzhochzeiten und Cocktail-Hochzeiten. Wir haben jetzt Cocktail gemacht. Auch bei den Eltern im Gasthaus, im Spottetschuk. Und die richten ja auch öfters mal Hochzeiten aus. Und, ja, da im Garten, da waren dann 100 Leute. Und das hat sich dann alles verteilt. Ich habe noch eine Bar gebaut aus alten Zäunen und Paletten. Und das hat sich dann auch, war gut, hat sich dann alles durchgemischt. Australien mit Deutschen, es waren ja auch 20 Leute aus Deutschland dann da, was schön war. Hat uns sehr gefreut. Und, ja, man hat jetzt nicht so diese Teilung zwischen standesamtlich und dann kirchlich. Das ist quasi, ja, alles in einem dann zusammen. Ja, und dann haben wir da auch so Mittag angefangen, drei Uhr. Bis sind die Puppen dann durchgefeiert. Freut mich. Und, hast du auch deine Mariette gefühlt? Deine Mariette, ja. Ich denke, es war eine sehr gute Party. There was a lot of Australians who decided that the Germans at the wedding were their new best friends because they were good drinking partners. So it made for a fun night. Also, so können wir uns praktisch eine australische Hochzeit vorstellen. Nicht kirchlich und standesamtlich getrennt wie bei uns, sondern einfach große Party auf dem Anwesen von euch. So, dann hätte ich noch eine Frage, André. Was machst du den ganzen Tag in Australien? Arbeitest du? Was für Hobbys hast du? Und was macht man so in der Freizeit in Australien? Anders als hier in Gossenheim? Ja gut, arbeiten habe ich jetzt die ganze Zeit. Ich habe Photovoltaikanlagen gebaut und Speicheranlagen. Das war so das tägliche Brot. Und dann am Wochenende auch öfter mal im Gasthaus geholfen. Und die haben ja auch eine Farm mit neun Pferden. Ich glaube, 13 Kühen, 14 Hühnern. Da gibt es auch immer was zu tun. Und dann haben wir noch so 30 Hektar geschützten Regenwald. Also das ist so jetzt mein Hobby ein bisschen, damit aufzupassen. Ja, da wächst ja alles, in Australien wächst ja alles, was nicht wächst soll. Da wächst Kaffee im Regenwald und die englische Hecke und so. Und das muss man halt, damit das alles schön natürlich bleibt, muss man da ab und zu anpacken. Tauchen. Jetzt wo der Vater, das wir am 60. drüben waren, waren wir auch im Great Barrier Reef tauchen. Das macht auch Spaß. Und natürlich, wir wohnen eine halbe Stunde weg vom Meer. Ins Meer. Und da ein wenig schwimmen, bodysurfen. Okay, danke. Und jetzt fragt mal die Emily, was sie so beruflich oder den ganzen Tag macht. So, Emily, what you do the whole day, do you have a job or are you just working on the farm? I have a job, I'm a social worker in a small family support service in like 10 minutes from our house. And I, when I'm not working, we're renovating, we bought a house, so lots of renovating, we have nine horses, so two are mine. One, I should ride more often, but so I'm at the farm. I don't do as much work in the rainforest as perhaps I should or as Andre does, but I enjoy the farm. With my spare time, we sometimes go to the beach, we walk, we, my parents have a dog, Badger, and we sometimes take him with us and we go to Point Cartwright, which is an off-leashed dog beach, so the dog can run on the beach and we can swim, and it's pretty good. So, holiday is the whole year? Oh, only on the weekend, sometimes. Okay, also Emily arbeitet als Sozialarbeiterin und während der Freizeit tun sie zurzeit ihr Haus renovieren und am Wochenende gehen sie gern mit ihrem Hund am Strand entlang und baden so auch ab und zu. So, jetzt habe ich so abschließend noch die Frage, was ist so schön in Australien und was liebst du hier in Deutschland? Ja, in Australien ist halt die Natur, ist halt was ganz anderes und alles ein bisschen größer, macht das Meer, den Regenwald, was teilweise auch noch echt unberührt ist. Das ist, es ist schon stark, also die Natur ist atemberaubend. Was man so vermisst oder was hier so gut ist, ist die, ja, das Soziale. So, wenn man hier aufwächst durch den Fußball oder den Verein oder das Ganze drumherum, man hat schon viele, viele Feiern, jeder hilft dem anderen. Das hat man jetzt in Australien nicht so, diesen Zusammenhang, den wir jetzt hier daheim haben. Und, ja, also das, Familie, Freunde, das vermisst man auf jeden Fall am meisten. Gut, die Bratwurst vom Lösi, die vermisst man auch manchmal. Ja, da kannst du ja da noch ein paar Kilo mit rübernehmen, oder? Ja, ich habe immer ein paar Dosen, rote und weiße, die wird dann ab und zu mal rübergeschickt. Ja, aber Bratwurst, da muss ich dann immer rüberflicht. Okay, danke. Und, also ich frage jetzt Emily, was sie jetzt in Gürstenheim schön findet und was die Vorzüge in Australien sind. So, Emily, what do you think, what is your opinion about Gürstenheim, what you like here and what is the best thing in Australia, what you like in Australia more than here in Gürstenheim? I think in Gürstenheim, there's a really special community culture, which we don't have so much, where I'm from in Australia. So the idea that everyone is so friendly and welcoming that you might not know them, but by the end of the night, they feel like long-lasting friends. and there's lots of parties. We save up all our party time for Germany. I love the way the trees change color in autumn. We don't have this so much, where I'm from in Queensland, because it's just warm all the time. Gita's cooking. Lebikess, it's very good. We don't have this in Australia. Also from Losey? Yeah, of course, naturally. In Australia, the weather is often good. I mean, sometimes it's too hot for me in summer, but otherwise in winter, it's 24 degrees. I think it's pretty good for winter time. We don't get that here. And we have the beach, which is also pretty good. but I think that there's something special about Gossenheim, that's not the same anywhere in Australia. I think. Thank you. So, Emily mag here, wie auch Andre, diese Freundschaften, diese Feiern, was hier in Deutschland fast täglich stattfindet, wenn sie hier sind. Und was in Australien halt sehr schön ist, ist das Wetter, es ist immer warm, was im Gegensatz zu Deutschland oder jetzt auch in Gossenheim, Emily schön findet, ist der Wechsel der Baumfarben von Frühling über Sommer, Herbst und Winter. Okay, dann vielen Dank für eure offenen und ehrlichen Fragen und Antworten und am liebsten würde ich jetzt von dir noch ein kleines Didgeridoo-Konzert hören. Probier's mal bitte. Echt? Danke. Ha 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 ha. Wie bläst? Einfach so seitlich oder vorne? Okay. He he. So, du sagst, es ist auf der Grund, willst du... Ist es offen? Oh, nicht. Warte. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Wie geht's? Muss zu bisschen. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Also, wir merken schon, wenn er noch Zeit in Australien hat, wird er das mal ausprobieren. Ich übe mal hier noch. So, dann danke ich dir für das schöne Konzert. Ein beautiful silent Konzert. Ja, ein ruhiges Konzert, ein stilles Konzert. Dann danke ich euch nochmal vielen Dank für das Interview. Wünsche euch eine wunderschöne Heimreise nach Australien und dann hoffe ich euch bald wieder mal in Gössenheim zu sehen. Und ich verabschiede mich mit Andre und Emily aus der Rubrik Gössenheim weltweit und hoffe euch bald wieder mal zu sehen. Dankeschön und Tschüss. Tja, das waren die Stimmen von Down Under und ich muss wirklich sagen, toll, toll, dass wir das mit euch nochmal reden konnten, Emily. Und André und wir verfolgen euch auf jeden Fall. Und ja, ihr seid auch gern wieder willkommen bei uns bei Gottslist TV weltweit mit dem Jimmy. Als nächstes Beitrag haben wir den Beitrag von der Feuerwehr, der quasi im Anschluss vom Tag der offenen Tür gedreht worden ist. Das war am 5.05. und da unterhält sich unser Mitarbeiter, der Daniel, zum Locker vom Hocker mit der Talk mit Daniel mit Achim Strominger. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott hier aus dem Feuerwehrgerätehaus in Gössenheim. Hier zu meiner Rechten sitzt Achim Strominger, der erste Feuerwehrkommandant hier im Hause. Und ja, Achim, stell dich doch mal bitte vor für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen. Ja, mein Name ist Achim Strominger. Ich bin hier in Gössenheim bei der Feuerwehr der erste Kommandant. Ich bin seit Anfang 2018 im Amt. Davor war ich bereits als zweiter Kommandant im Amt. Das habe ich circa fünf Jahre begleitet. Und dazu war ich auch bereits als Kreisbrandmeister im Landkreis tätig. Dadurch habe ich natürlich einige Erfahrungen schon sammeln können. Und durch meine fundierte Ausbildung kann ich mich, denke ich, hier in der Feuerwehr Gössenheim ganz gut anbringen. Wie gliedert sich denn die Freiwillige Feuerwehr hier in Gössenheim? Die Freiwillige Feuerwehr Gössenheim gliedert sich hauptsächlich in den passiven und aktiven Bereich. Das heißt, gesamt haben wir 120 Mitglieder. Und davon sind dann 35 im aktiven Feuerwehrdienst tätig. Und wie viele Fahrzeuge habt ihr? Wir sehen ja hier im Hintergrund schon eins. Also wir hier in Gössenheim haben zwei Fahrzeuge. Einmal ist das, was wir im Hintergrund sehen, das Löschgruppenfahrzeug, ein sogenanntes LF 10-6. Bei der Feuerwehr gibt es immer für alles Abkürzungen. LF 10-6 steht dann für Löschgruppenfahrzeug, also Besatzung für eine Löschgruppe. Und als zweites Fahrzeug haben wir hier am Standort ein sogenanntes MZF, ein Mehrzweckfahrzeug. Das steht dann hier herüben. Hauptsächlich für den Mannschaftstransport, aber auch als Einsatzleitfahrzeug im Fall der Fälle zu verwenden. Ja, und was für Technik haben die Fahrzeuge mit an Bord? Kannst du dazu was sagen? Also technisch sind wir sehr gut ausgerüstet, ausgestattet nach Stand der Technik, was aktuell so am Markt verfügbar ist. Wir haben einen hochmodernen Pumpenbedienstand hinten am Fahrzeug eingebaut. Wir haben einen Fahrzeugtank mit 600 Liter Wasser an Bord. Wir haben eine zusätzliche tragbare Tragkraftspritze auf dem Löschgruppenfahrzeug verlastet. Wir haben zudem vier Atemschutzgeräte auf dem Fahrzeug verlastet, wobei sich hier zwei Kameraden gleich während der Anfahrt zum Einsatzgeschehen in der Kabine, in der Mannschaftskabine mit dem Atemschutzgerät ausrüsten können. Für die technische Hilfeleistung haben wir zusätzlich ein akkugestütztes Kombigerät, Schere-Spreizer, das sehen wir hier hinten. Das ist mehr oder weniger eine Zusatzbeladung, also nicht standardmäßig, aber aufgrund hier der örtlichen Belange und der Einsatzschwerpunkte haben wir das bei uns mit aufs Auto gepackt. Ja, und jetzt haben wir mal den Fall, dass die Sirene geht, Einsatz. Wie läuft es da ab? Wie müssen die Zuschauer sich das vorstellen? Ja, die Zuschauer müssen sich das so vorstellen, die Sirene geht, die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden werden auch über eine SMS-Benachrichtigung mitgeteilt oder bekommen das mitgeteilt. Und dann ist es so, dass dann fährt man zum Feuerwehrgerätehaus oder mit dem Fahrrad, mit dem Auto zu Fuß, wie es gerade passt, kommt hier an, dann liegt bereits ein Alarmfax für die ersten Kameraden bereit. Dieses wird durch die integrierte Leitstelle in Würzburg automatisch im Alarmfall losgeschickt. Da steht dann genau drauf, die Einsatzstelle, der Einsatzort, was ist passiert, welches Gerät wird genau benötigt. Und dann weiß man hier genau Bescheid, was benötigt wird und entsprechend wird dann das Fahrzeug besetzt und rausgefahren. Ja, und unter der Woche, wie seid ihr da besetzt? Habt ihr da einen Engpass, wenn das mal, meistens passiert es auch mal unter der Woche, dass ein Unfall ist oder ein Brand ausbricht? Also unter der Woche können wir uns hier in Gössenheim eigentlich glücklich schätzen. Für die Tagesalarmsicherheit sind wir sehr gut aufgestellt. Wenn jetzt tagsüber ein Alarm ist hier bei uns in Gössenheim, rücken wir eigentlich nicht unter fünf Kameraden tagsüber aus. Also das ist für eine kleine Ortsfeuerwehr, wie wir hier sind, sehr gut. Ja, und wie viele Einsätze sind es da so im Jahr? Einmal mehr, einmal weniger wahrscheinlich. Ja, es kommt immer ganz darauf an. Also Einsätze haben wir so im Schnitt zwischen 15 und 20 Einsätze. Das sind Einsätze verschiedenster Art. Das geht natürlich los mit den allgemeinen gemeindlichen Tätigkeiten, also Absicherung einer Prozession, die Maibaumaufstellung, unser traditioneller Zacheusaufstieg und der Abstieg wiederum. Die Absicherung jeweils, wir haben ja hier die B27 durch den Ort verlaufen und da ist es natürlich wichtig, dass wir da entsprechend absichern gegen den Verkehr. Des Weiteren sind es Einsätze, LKW-Brände, PKW-Brände haben wir hier aufgrund der stark frequentierten Bundesstraße. Also dann sind wir doch schon öfters gefordert, auch was Motorradunfälle betrifft, kommen wir dann häufig doch zum Zuge. Meine nächste Frage hast du ja schon fast beantwortet. Vom Unfallschwerpunkt, gibt es da eine Stelle, wo ganz viel was passiert? Ja, Unfallschwerpunkt ist immer schwierig, aber ich sage mal so, eine Häufung ist bei uns schon festzustellen und das ist eher die Wärmkurve. Das ist die B27 in Fahrtrichtung Eusenheim. Die sogenannte Wärmkurve, da passieren doch immer wieder vermehrt Motorradunfälle. Und auch PKW-Unfälle. Ja und gab es dann bei so Einsätzen, habt ihr da auch schon mal Probleme gehabt mit aggressiven Unfallopfern oder Schaulustige, die euch da in die Quere kommen, euch bei der Arbeit stören? Also das müssen wir auch feststellen. Das nimmt leider etwas zu. Die Aggression und auch die Unvernunft mancher Autofahrer, gerade bei Verkehrsunfällen auf der Straße, wenn die Straße abgesperrt werden muss oder der Unfall gegen den fließenden Verkehr abgesichert werden muss, dann kommt es schon vor, dass wir hier das ein oder andere unschöne Wort mal zu hören bekommen. Aber da stehen wir drüber, dafür sind wir da. Ich denke, dafür sind wir auch gut ausgebildet, dass wir damit richtig umgehen können. Ja, da müsst ihr dann durch, sozusagen. Ja, und um mal zwei Beispiele zu nehmen, zum Beispiel einerseits den Fettbrand oder andererseits den Zimmerbrand. Wie entsteht das häufig? Ist da wahrscheinlich der Leichtsinn, aber du weißt das am besten. Also diese Einsätze entstehen durch verschiedenste Art. Oft sind es Unachtsamkeiten von den Personen selber, aber auch zum anderen dann technische Defekte. Heutzutage immer wieder, dass man hört, Selbstentzündung von elektrischen Geräten, Akkugeräten, Smartphones geht in Flammen auf. Also es sind verschiedenste Szenarien, aber nach wie vor haben wir auch Einsätze, wo wir zum Zimmerbrand ausrücken, wo dann zum Beispiel die Ursache war, ein heißes Essen, ein heißer Topf auf dem Herd. Ja, und erinnerst du dich an den schlimmsten Brand in deiner doch jetzt schon etwas längeren Karriere? Ja, also ich bin jetzt seit meinem 14. Lebensjahr bei der Feuerwehr und der schlimmste oder der größte Brand, was ich bisher miterlebt habe, war der Sägewerkbrand vom Sägewerk Försch, vom alten Sägewerk. Das ist damals komplett abgebrannt und das war so einer der größten Einsätze bisher in meiner Laufbahn, wo ich da miterleben durfte. Habt ihr auch schon einen Kaminbrand hier gehabt? Ich bin ja als Kaminkehrer vorbeugend dafür da, dass sowas eigentlich nicht passiert, aber oftmals passiert es dann doch mal. Ja, durchaus. Kaminbrände, dazu kommen wir auch. Also jetzt weiß ich gar nicht, zwei, drei Jahre ist das glaube ich her. Meistens in der Winterzeit, da sind wir zum Kaminbrand ausgerückt. Für uns eigentlich ein Tagesgeschäft. Ja, kommen wir zu der Zeit und die Pflege, die Instandsetzungsarbeiten. Wie viele Stunden müsst ihr da dafür aufbringen? Also in Stunden ist es immer schwierig. Also wir führen natürlich Buch, wir haben ganz genaue Nachweise. Bei der Feuerwehr wird alles sauber dokumentiert. Auch die Übungsstunden, Einsatzstunden und demnach auch die Wartungsstunden, wo es für die Geräte anfallen. Also wir sind hier eigentlich gut aufgestellt in der Feuerwehr. Wir haben Gerätewatte dementsprechend und die müssen natürlich eine Vielzahl von Geräten entsprechend nach Vorschrift prüfen. Das sind zum einen aber die Leiterprüfungen. Es sind die Schläuche müssen geprüft werden, die Leinen müssen geprüft werden. Das ist immer turnusgemäß. Zum Teil immer nach jedem Einsatz, nach jedem Gebrauch und dann auch jährliche Prüfungen stehen da an. Zum Weiteren haben wir die Abendschutzgeräte, welche im regelmäßigen Turnus geprüft, gewartet werden müssen. Also da fallen schon eine Vielzahl an Stunden, an zusätzlichen Stunden zu den Übungs- und Einsatzdienststunden für die jeweilige Gerätewatte an. Ja, das ist eine ganze Menge. Und ausbildungsmäßig, was kann man denn da bei der Feuerwehr machen? Ja, bei der Feuerwehr natürlich kann man sehr viel machen. Wir sind eine sehr vielseitige Truppe, kann man sagen. Es geht schon in der Jugendfeuerwehr los im Prinzip. Da lernt man schon die Grundtätigkeiten, was im Feuerwehrdienst später mal gebraucht wird, benötigt wird. Die Handhabung der Schläuche, die Leinen, die Knoten, die Stiche, was alles so mal benötigt wird, da beginnt es mit der Grundausbildung. Demnach setzt sich dann diese sogenannte modulare Truppausbildung fort oder setzt sich da dran an. Die wird auf Inspektionsebene dann im Prinzip ausgebildet. Im weiteren Verlauf kann man dann die Maschinistenausbildung zum Beispiel durchführen. Das ist eine Grundlage, die brauchen wir, um auch das Löschgruppenfahrzeug entsprechend fahren und bedienen zu können. Das sind dann diese Grundlagenausbildungen. Dann haben wir als weitere Ausbildung die Artenschutzgerätetrecher-Ausbildung. Die kann man machen bei uns. Dann führen wir regelmäßig alle zwei Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs durch. Also es wird vielseitig ausgebildet. Es wird auch überregional ausgebildet. Es gibt dann auch die Ausbildungen an der staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg. Da werden die Kameradinnen und Kameraden dann entsandt und können hier die Lehrgänge besuchen. Also hier wird schon einiges getan und investiert für die Ausbildung in die Feuerwehrleute. Und die Jugendarbeit ist ja auch sehr wichtig, die heranzuführen. Das geht wahrscheinlich schon bei den ganz Kleinen los, bei den Steppkes. Seid ihr da gut? Also da bin ich richtig stolz drauf, im Prinzip, auf unsere sogenannte Kinderfeuerwehr. Die konnten wir vor zwei, drei Jahren ins Leben rufen. Da sind mittlerweile 16 Kinder dabei. Und das ist mehr oder weniger ein Highlight für die Kinder, diese Termine. Und das läuft sehr gut. Und danach anschließend, also jetzt hatten wir schon den ersten Wechsel aus der Kinderfeuerwehr. Ein Übertritt in die sogenannte Jugendfeuerwehr. Da haben wir aktuell sieben Feuerwehranwärter in unserer Jugendfeuerwehr. Auch eine sehr gute Truppe, sehr aktiv. Da geht es natürlich dann schon mal etwas härter zur Sache. Da wird auch mal ein Wettkampf schon bestreitet. Da sind dann die Anforderungen schon etwas höher. Und wir hoffen, dass wir dadurch später mal auch in den aktiven Dienst da mal eine Wertschöpfung erfahren dürfen. Ja, also der Nachwuchs ist ganz wichtig. Die dann heranzuführen. Ja, und wenn man sich jetzt nun berufen fühlt, da zu helfen, seinen Dienst zu tun, im Ehrenamt, was zu machen für die Gemeinde, für das Gemeinwohl, was muss ich da einfach machen? Mich bei dir melden? Also gerne bei mir melden oder bei jedem bekannten Feuerwehrmann im Ort sich melden oder auch bei uns auf der Homepage mal schauen. Da steht eine Kontaktadresse. Wir nehmen jeden, sage ich mal. Wir sind für jeden offen. Auch Frauen sind herzlich willkommen. Wir haben unser Feuerwehrhaus extra umgebaut, damit wir Frauen dementsprechend aufnehmen können. Es gibt eine getrennte Umkleide extra für Frauen. Also wir versuchen hier schon einiges in die Wege zu leiten, damit wir auch unsere Mitglieder bekommen und auch erhalten. Dann bedanke ich mich bei dir für deine Antworten, die du mir gegeben hast und den Zuschauern. Und bis dem nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Das war der Beitrag von der Feuerwehr. Und ja, liebe Jugendliche, bevor jetzt dem Achim die Tür einrennt, weil ihr wisst, das darf bloß die Feuerwehr, haben wir nachher noch die Homepage von der Feuerwehr unten eingeblendet. Da könnt ihr euch da hinwenden. Ja, unser nächster Beitrag, der handelt von Weinbergs Kapellenverein. Also das ist ein schwieriges Wort. Ihr merkt schon, Weinbergs Kapellenverein. Andere Sache, Wengerts Kapelleverein. Und ja, das haben wir gedreht quasi kurz vor dem Fest. Und natürlich auch mit den obligatorischen Beteiligten, Heiz Willi und Engelbert Hack. Die dürfen da nicht fehlen. Ja, liebe Zuschauer von Kurzsitz TV, heute wieder mal eine weitere Folge. Heute haben wir uns mal hier unterhalb von der Homburg getroffen, circa 300 Meter vom Gipfelkreuz entfernt, mitten in den Weinbergen, gibt es hier eine weitere Attraktion hier in Gössenheim, die Weinbergs Kapelle. Und hauptverantwortlich für diese tolle Kapelle ist hier der Weinbergsverein. Und da haben wir uns heute mal getroffen hier mit Mitgliedern der Vorstandschaft, mit dem ersten Vorsitzenden vorneweg, den Herrn Dieter Schön. Hallo erstmal, schön, dass das heute geklappt hat. Ich freue mich. Sehr schön. Ja, jetzt stehen wir hier an der Kapelle, heute ein bisschen windig. Aber vielleicht könnt ihr euch erst mal kurz vorstellen, den Verein. Weinbergs Kapelle, Stiftung, e.V., was ist das überhaupt? Wann wurde der gegründet? Ja, ich habe da drüben einen kleinen Garten. Und immer, das war eine verfallene Hütte da, das war ein rotes Ziegelstein. Und immer, wenn ich raus bin, habe ich die verfallene Hütte gesehen. Und da ist mir an der Gedanke gekommen, da muss man was machen. Das war ein Schandlergeber. Und dann habe ich selbst mal angefangen und habe versucht, das wieder hochzumauern. Aber da sind mehr runtergefallen, wie hochgegangen sind. Dann habe ich mir mal einen Mauler gekommen, ist jetzt gekommen, und hat mir dann, hat es einen Sinn überhaupt, da hochzumauern? Und dann hat er gesagt, das ist kaputt, das muss ich wegmachen. Was stand denn hier früher eigentlich an Ort und Stelle? Weil jetzt sieht ja alles so toll aus, aber was war denn früher hier überhaupt auf der kleinen Anhöhe hier? Die kleine Anhöhe war von früher ein altes Haus für die Weinbäche, um Wasser zu sammeln für die Spritzmittel. Und das ist halt alles zusammengefallen, das hat dann zu nichts mehr gehört. Da ist die Straße zwischengekommen, die Straße war ja früher nicht. Und dann wurde das abgetrennt und keiner hat sich mehr drum gekümmert. Und das war dann der Grund, gehört der Gemeinde und die Steine gehörten dem Winzer. Und den muss man dann auch erst noch ins Boot bringen, dass wir die Hütte dann, dass wir die Steine oder das Eck bekommen haben. Und dann haben wir halt, dann habe ich die Idee gehabt, die Kapelle wäre nicht verkehrt, aber ich wollte halt nur ein paar Steine und ein paar Balken drauflegen und ein paar Zwiegeln und fertig und ein Kreuz rein. Und dann wurde das drauf. Also kurz und bündig, es war ein kleinerer Schandfleck, sagen wir es mal so. Es war ja so ein Schuttberg und dann habt ihr euch dazu beschlossen, jawohl, wir machen da was. Jetzt haben wir da ein Bild davon da, ich weiß nicht, mit der Kollegin, jetzt hat er mal, da kann man es ja mit dazu zeigen. Ja klar. Jetzt eine andere Frage, wer war denn alles so in der Planung damals beteiligt? Dass man gesagt hat, okay, wer schließt sich zusammen, war es aus einer Laune raus, hat man sich irgendwo auf der Weinbergshüte getroffen beim Shoppen oder war das ganz einfach die Idee von mehreren oder von einer Person? Die Idee war eigentlich dann da von mir, aber wir waren ja des Öfteren drüben bei mir im Garten. Und dann habe ich halt auch mal angefangen, da drüben müsste man was machen, da könnte man eigentlich eine Kapelle bauen. Und dann hat halt der eine und der andere ja einfach so einfach geht es nicht, da müssen wir erst einmal einen Verein gründen. Und dann haben wir uns halt schlau gemacht, wie viel man da braucht, wie viele Mitglieder und wie das funktioniert. Und dann haben wir acht Stück zusammengesucht und haben in Kaltstadt beim Brand in der Wirtschaft den Kapellenverein gegründet. Habt ihr quasi die Kapellenverein gegründet und dann ging es los. Okay, dann ging es los. Dann habt ihr euch gedacht, hier machen wir was. Und wie ging es dann weiter? Weil ich meine, die Hütte, die wächst da nicht aus dem Baum raus, da muss man eine Planung machen. Oder erst einmal die Frage, gab es überhaupt einen Plan für die Hütte? Ja, es gab einen Plan. Eines unserer Mitglieder, Bauingenieur, hat Vorgespräche im Landratsamt geführt, was hier möglich wäre. Daraufhin haben wir auch die Gemeinde angesprochen, wie die dazu steht. Auskunft war am besten, ihr gründet tatsächlich einen Verein. Dann haben wir den Verein als Gemeinde zum Ansprechpartner. Der Verein wurde dann gegründet am 1. Dezember 2000. Der Freund von uns, der Bauingenieur, hat dann konkrete Pläne eingereicht bei der Gemeinde, beim Landratsamt. Im Januar 2001 hat der Gemeinderat einstimmig dem zugestimmt. Ja, und dann haben wir angefangen. Und das Ganze mit Eigenmitteln, in Eigenregie. Und als die erste Rechnung über die Bodenplatte kam, war der Verein das erste Mal zahlungsunfähig. Ja, so schnell geht's, ne? Wir haben sehr, sehr viele Unterstützer gehabt, Einzelpersonen, die Geld gespendet haben, teilweise als Dank für einen gesunden Nachwuchs oder aus religiöser Überzeugung. Aber so Fördermittel gab es keine? Nein, keine Fördermittel, nur Spenden, teilweise im oberen dreistelligen Bereich. Da haben auch Bürger aus Gösnheim ihre Geburtstagsgeschenke auf sich verzichtet und um eine Geldspende gebeten und haben uns das gebracht. Und immer wenn es knapp wurde mit dem Geld, kam von irgendwoher wieder jemand und hat uns geholfen. Wir haben auch viel Unterstützung bekommen von den Firmen hier aus den Orten, aus der Umgebung. Die Gemeinde hat zum Beispiel auch das Holz für den Dachstuhl gespendet. Schwierig war es erst mal zu wissen, was dürfen wir, was können wir. Beim Notar haben wir uns schlau gemacht, wir wollten in Erbbaurecht oder zu günstigen Konditionen der Gemeinde den Grund und Boden abkaufen. Das wäre aber sehr umständlich und teuer geworden, hätte nämlich ausgemessen werden müssen und damals hätte das schon 4.500 Mark gekostet. Und dann hat uns der Notar auf eine Idee gebracht, eine immerwährende Benutzungsdienstbarkeit ins Grundbuch eintragen zu lassen. Das hat zwar auch ein bisschen Gebühren gekostet, aber so wurde es dann gemacht. Toll, man muss auch wirklich sagen, es ist also wirklich klasse geworden, wenn man von Weiden hier schon herauffährt und sieht dann gleich links hier die Weinbergskapelle. Das ist auch immer wieder ein toller Anblick, also wirklich. Ja, jetzt ist es losgegangen mit der Bauerei und wer war dann überhaupt alles beteiligt? Vielleicht kannst du mal was dazu sagen, Willi. Wer hat so an den Bauarbeiten, gab es Firmen oder war es wirklich nur ihr und irgendwelche Helfer und Unterstützer, die einfach mit Baumaschinen angerückt sind? Oder wer war dafür verantwortlich, wer hat gebaut? Ja, also der Meister hat ja der Engelbert geholfen, der Engelbert mit seinem Bulldog und der Ludwig Weiglein auch. Und wer haben wir da noch? Zimmerarbeiten mit Sicherheit, da brauchen wir ja auch einen Fachmann, oder Dieter? Da haben wir den Herrn Kruch aus Eusenheim und zwar war da, das ist irgendwie Verwandtschaft zu ihm, der wohnt auch bei ihm, der Kilian hat uns die Bruchsteine geschlagen. Weil da haben wir also, da haben wir fast kapituliert, Bruchsteine, Pitschen, war also keiner von uns fähig und dann haben wir uns zwei, die es noch im Landkreis gibt, ich glaube, gibt es nicht mehr so viele Bruchsteine, die Bruchsteine schlagen können, die haben wir uns geholt. Und da war eben dann der Herr Kruch, der oben den Dachstuhl gemacht hat und die Gemeinde hat uns das Holz dazu gegeben. Also auch viel in der Freizeit, in Eigenleistung? Nur eigentlich. Auch schließlich in der Freizeit und gebaut immer nur samstags. Toll. Und trotzdem haben wir für den reinen Rohbau nur acht, zehn Wochen gebraucht. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Engelbert, wann war denn dann, wann war denn dann einfach, wie lange war denn die Bauzeit? Bauzeit war ungefähr ein Jahr, ne? Also ein Jahr in Sommer-Winterzeit, wenn es gepasst hat. Also bis nachts war. Man sieht auch, dass es sehr viel im Detail noch nachgearbeitet worden war, aber ich denke, das ist im Laufe der Jahre erst so richtig entstanden, ne? Ja. Was findet denn so an der Kapelle, die da alles so statt? Was ist denn da das Jahr über geboten oder ist es einfach nur ein Platz, um mal Ruhe zu finden, um zu beten? Oder wie ist die Kapelle so gedacht? Ja, also gedacht hast du mal als Weinbergs-Kapelle, ne? Also wir machen jedes Jahr einen Meierndacht. Die nächste ist am 24., also fast 14 Tage. Und dann sind auch so Gesangsfrauen, da kommen immer so zehn Frauen, die da in der Kapelle singen, ne? Ansonsten sind keine Festigkeiten, ne? Also auch so offizielle Anmeldungen für Hochzeiten oder für Taufen oder sowas, das ist eigentlich auch gar nicht so gewünscht? Nein, nein, nein. Keine Hochzeiten, keine Taufe. Dafür ist die Kirche vorgesehen, sagt die Kirche. Okay, ja. Ja, jetzt grundsätzlich Öffnungszeiten von der Kapelle hier. Wann kann man hier, wenn man mal vorbeischlendert, in die Kapelle gehen? Wann kann man sich die Kapelle mal anschauen? Wann kann man mal die Glocke läuten? Ja, wir haben uns also schon ein wenig schlau gemacht. Es gibt ja noch mehr zu Kapellen im Wald und am Weinberg. Und da hat man also gehört, alle, die zugeschlossen worden sind, sind alle aufgebrochen worden. Und da haben wir uns eben gedacht, wir machen eine ohne Schloss, dass man Tag und Nacht rein kann. Weil wenn was geschlossen ist, dann will man rein. Und das haben wir nicht gemacht. Also 24 Stunden geöffnet. Liebe Zuschauer, wer möchte, kann jederzeit raufkommen in die Weinberg-Kapelle und kann einfach vielleicht auch mal nur ein Gebet mit sich selber machen. Ja, jetzt wäre dann die Frage, ich bin eh rechtlos begeistert von der Kapelle, der Außenbereich, der Innenbereich. Wer pflegt das? Macht das dann auch? Machen das eure Frauen? Macht ihr das? Wie läuft das ab? Weil ich sehe hier meistens nie einen, aber trotzdem ist es immer so top gepflegt. Wir haben einen rausgeschaut, dann haben wir einen langgebraucht und dann haben wir den Herrn Herbert erwischt. Und der macht das mit einer Leidenschaft. Das kann regnen oder schneien am Samstag. Wenn Sie ihn suchen, ist er bei der Kapelle und Pflege und den Innenbereich. Und wie viel oft? Wie oft die Woche? Kann man da was sagen? Stundenleistung? Einmal. Der Samstag ist regelmäßig Aufräumen, Putz und Reinigungstag, aber ich mache es nicht alleine. Alle anderen helfen mit und es ist keine Geschichte, die auf Frauen bezogen wird. Das machen wir alles im Kreis der Mitglieder. Viele unserer Mitglieder sind im etwas vorgerückten Alter und deshalb sind es meist die Leute hier direkt aus der Vorstandschaft, die dann auch mit Geräten umgehen können. Also auch wieder Eigenleistung und halt einfach auch ein Stück weit, ein Stück weit, ja. Ich möchte das machen, ich möchte das pflegen, um ganz einfach das zu erhalten, was so schön ist, ganz klar. Zum Beispiel, das Gelände musste erneuert werden. Da war vorher ein Holzgeländer. Aber der Zahn der Zeit hat da eben genagt und jetzt haben wir da ein neues Gelände hingemacht. Mit Sicherheit fallen auch immer wieder Kosten das Jahr über an, das muss instand gesetzt werden und so weiter. Was kann man denn tun, um euch zu unterstützen? Wie kann man euch unterstützen? An wen muss man da sich melden? Spenden, spenden. Das heißt, die da irgendjemand von der Vorstandschaft oder dich persönlich ansprechen, wenn jemand sich damit verbunden fühlt und finanziell unterstützen möchte? Ja, wir finanzieren uns einmal aus Mitgliedsbeiträgen, aus Spenden und wenn wir die Maieandacht abhalten können, witterungsbedingt, dann kommt eventuell auch ein Überschuss. Zweimal hat man die Maieandacht ausfallen müssen, wegen Schlechtwetters. Pech war, dass wir das ganze Material schon eingekauft hatten. Aber Gott sei Dank haben Mitglieder, Freunde und Bekannte dann Würstchen und Wein auch privat abgekauft, sodass wir zweimal mit dem blauen Auge davongekommen sind. Okay. Ja, wenn jemand draufkommt, ein Kätzchen hinstellt und ein paar Cent in die Box schmeißt, wäre uns das schon recht. Herr, befinden uns die hier in der Kawelle und was gleich ins Auchen sticht, sind diese Tonfiguren, ob das jetzt ein Engel ist oder hier solche Schnitzfiguren. Zum ersten Mal die Frage, was ist das überhaupt, wer ist das überhaupt? Das ist der heilige Urbanus, Schutzpatron der Weinberge. Der wurde geschnitzt von Herrn Waldemar Kleine aus Gossenheim und das Holz wurde gespendet. Auch das Holz wurde immer von irgendeinem Fabrikanten gespendet und der Herr Kleine hat uns die Figuren geschnitzt. Der ist schon einmal abhandengekommen. Da haben wir einen neuen bekommen, also die Figuren sind alle von Herrn Waldemar Kleinen. Und die Blecherbalken und so weiter, jetzt auch am Dach und so, wer hat das alles gemacht? Das war ein Mitglied bei uns, die Firma Lummel in Karlstadt. Heinz Lummel, der hat uns das Dach spendiert oben, ja. Ja, liebe Zuschauer, wie gesagt, Weinbachskapelle Gossenheim, eine ganz tolle Sache. Wenn ihr mal die Zeit habt und guckt vorbei hier an der Homburg, schaut sie euch an und nehmt sie euch mit in den täglichen Alltag. Wenn ihr mal Ruhe braucht in der Weinbachskapelle, ist immer die Tür offen. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, eins haben wir noch vergessen. Natürlich dürfte die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Und da haben sich hier in Gossenheim die Wengerzbuum getroffen. Und man hört sie schon hinten im Hintergrund spielen. Ich glaube, wir laufen mal vor und schauen uns die Jungs mal an. Auf geht's. Ich glaube, wir laufen hier. Musik Musik So, grüß Gott! Heute sind wir in Hindler Storf, die Straße hinterm Dorf. Die markiert genau den Verlauf der ehemaligen Dorfmauer aus Gössenheim. Und die Gössenheimer Dorfmauer, die soll heute unser Thema sein. An der Stelle, wo wir uns jetzt befinden, die Kreuzung hinterm Dorf, Hauptstraße. Da war eines der drei Tore, die es früher mal in Gössenheim gab. Und an dem Haus hier ist das Bild, wie eine Art Bildstock, auf der ist zu sehen, die heilige Dreifaltigkeit. Das Bild von der heiligen Dreifaltigkeit, das soll früher mal in dem einen Tor, das sich hier befand, der Ortsbefestigung, soll das drin eingemauert gewesen sein. An der Stelle darf ich auch gleich wieder Werbung machen für das wertvolle Buch vom Theo Gärtner über die Ortsgeschichte von Gössenheim und Sachsenheim. Da habe ich auch die meisten Fakten her, die ich euch heute erzählen möchte. So, die Straße, die wieder den Verlauf der ehemaligen Dorfbefestigung markiert, wo wir jetzt stehen am Feuerwehrhaus, die hieß früher die Schmitte. Heißt eigentlich immer noch die Schmitte, aber offiziell heißt es jetzt auch im Navi, wenn man es eingibt, ist es der Feuerweg. Also früher die Schmitte. Und an der Stelle, wo jetzt das Gemeindehaus, das Feuerwehrhaus steht, da war im Jahre 1816 der zweite Gössenheimer Friedhof. Der zweite Kirfig, der erste war direkt um die Kirche rum, um die Pfarrkirche. Der zweite war hier an der Stelle, also damals am Ortsrand, hier am Tor. Und der Friedhof wurde dann später dorthin verlegt, wo er jetzt auch ist. Allerdings wurden die Gräber nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal umgelegt. Also das wurde dann auch noch einmal umgestaltet. Also hier die Stelle, wo der Friedhof mal war, auch der Rand vom Dorf, wo dann früher die Dorfmauer verlief. Da sieht man jetzt noch im Hintergrund Reste von der ehemaligen Dorfmauer, die wahrscheinlich schon noch original sind. Manche Teile der Mauer wurden natürlich im Laufe der Zeit durch Gebäude ersetzt, wurden abgerissen und mussten Zufahrten, Einfahrten, Platz machen. Also die Dorfmauer ist nicht mehr komplett erhalten, leider. Der, wie Theo in seinem Buch geschrieben hat, ist der genaue, die genaue Höhe und auch der genaue Verlauf der Dorfmauer, der ist also nicht bekannt. Wir zeigen euch auch da noch einmal ein Bild vom Urkataster, das das Gössenheimer Urkataster aus dem Jahre 1843. Da wurde das Dorf kartiert, das erste Mal in einer Karte und da ist auch der Verlauf der Dorfmauer ganz gut zu erkennen. Und da ist auch noch das letzte Torhaus zu erkennen, das zeigen wir dann später. So, wir stehen jetzt am Eingang von der Simmesgasse, die Simonsgasse. Bei uns gibt es ja die Simmesgasse, den Simonsweg, Simmeswach und früher gab es auch die Simmesjürichli. Und am Eingang von der Simonsgasse, da war früher auch noch mal ein Tor. Von dem Tor gibt es keinerlei Reste mehr. Allerdings deutet auf das Tor hin der Name Torbrunnen, der Dauerbrunnen. Ungefähr da, wo ich jetzt stehe, Mitte in der Straße unter mir, da ist der Brunnen. Den hat man beim Straßenneubau, beim Neubau der Wernbrücke, hat man den Brunnen mit einer Betonplatte abgedeckt und hat versucht, das Wasser rüberzuleiten und hat da drüben einen neuen Schacht hingebaut. So, wir sind jetzt der Straße hinterm Dorf ein wenig entlang gelaufen und jetzt sind wir am Pfarrgatte. Und da ist also auch wieder die alte Dorfmauer zu erkennen. Und auch ganz schön hat man da ein altes Bildstöckle da mit reingemauert. Und man sieht noch den Herrgott am Kreuz hänge. Und dann laufen wir rauf Richtung Neuerbau, Richtung Zehnscheune. So, wir stehen jetzt an der Zehnscheune. Neben der Zehnscheune war früher das Gemeindehaus, das Armenhaus sagt man auch, unterhalb von der Zehnscheune. Da war das Torhaus, das noch im Urkataster, das Torhaus ist im Urkataster von 1843 eingezeichnet. Und alle Torhäuser in Gössenheim waren mit einem Turm auch versehen. Also war bestimmt ganz spektakulär. Gibt es leider keine Bilder mehr, keine Aufzeichnungen über diese Türme. Ein solches Torhaus ist schwer vorzustellen. Ich habe eins in Nassach in den Hasbergen mal fotografiert. Das zeigen wir euch auch dann im Video. Unsere Dorfmauer, die ging dann weiter. Nun, die Straße heißt Dietersau, in Gössesrecht man Götterschar. Und die geht dann weiter bis nun zum Mühlgraben. Wobei der genaue Verlauf von der Dorfmauer kann man jetzt nicht mehr genau mehr nachvollziehen. Aber da haben wir ja schon mal drüber geredet. Okay, ich freue mich dann aufs nächste Mal. Wünsche euch allen eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis bald. Tja, vielen Dank lieber Uli. Again, what learned, sage ich da nur. Vor allem, das war zum Teil gar nicht so bewusst, was das mit der Dorfmauer alles auf sich hat. Ja, dafür danke. Ja, jetzt komme ich noch zu unseren Veranstaltungshinweisen. Da habe ich noch drei Stück. Der erste ist oder betrifft unseren FC Gossenheim. Da geht es ums Sportfest. Das ist am 29. und 30.06. Also Samstag und Sonntag. Am 29. Da haben wir quasi, was da heraussticht, ist unser Leben-Kicker-Turnier. Da haben wir auch einen extra Outtake. Also extra Filmbericht. Den könnt ihr auch schnell nachgucken. Und zwar ist das die Auslosung für das Leben-Kicker-Turnier. Die haben wir eben extra. Und am 30. Dann eben unser Werntal-Cup. Das ist der Cup für alle Jugendspieler. Und ja, das macht immer Spaß, wenn man denen zuguckt. Und ja, auch ganz besonders bedanken, beziehungsweise aufmerksam möchte ich machen, weil unsere Freunde vom FC Ostenland sind wieder da mit zwei Jugendmannschaften. Und das ist ganz, ganz toll, dass da die Freundschaft so lang besteht. Okay, jetzt, ich weiß, es war lang. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Veranstaltungshinweis. Das ist am 11.8. Das ist der Dämmerschoppen, der vorne beim Pfarrer in seinem Pfarrhof ist. Aber es will darauf verweisen, dass vorher auch noch Kech ist. Also bitte auch vorher schon in die Kech kommen, nicht nur zum Dämmerschoppen. Und der dritte Veranstaltungshinweis, das ist wieder soweit. Es geht hier um die Burg. Das ist vom 14. bis 16. August unser Beuchweinfest. Also das Beuchweinfest vom FC Gossenheim findet hier wieder statt. Und ja, darauf gehe ich das nächste Mal noch ein wenig näher ein. Okay, dann wünsche ich euch gute Zeit und bis dahin. Tschüss, euer Marc.